So, haben wir das. Dann geben wir der Katze natürlich auch noch den restlichen Schrott hier. Oh, ist das vielleicht gut? Poison of Resistance plus 23 Amor. Level 38, wir haben Level 37, ne? Es ist nicht das verkehrteste. Wenn wir jetzt tatsächlich noch ein Level abkriegen, könnte man das machen. Plus 14 Amor. Der andere gibt uns wesentlich mehr Resistenzen. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Es ist besser. Ja, dann nehmen wir den. Mehr kann ich jetzt nicht identifizieren. Aber ich kann hier die roten Schuhe nochmal abgeben. Oh, der, der mich vorhin getötet hat hier, ist der da? Und ist tot. Der Tod ist tot. Der Tod ist tot. Hätte ich vielleicht schon vorher mal irgendwie so gucken können, wie verändern sich da so die Werte. Aber, nö. Einfach nur nö. Ist es noch weit? Ist es noch weit? Bitte sag jetzt nicht nö. Äh, bitte sag jetzt nö. So. Oh, die Scheiße. Zwei Amops. Ja, tot. Ich darf nochmal hinlaufen. Das gibt's doch nicht. Ah. Kannst du? Verkaufen. Ich komme hier schon noch durch. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie immer. Es ist immer eine Frage der Zeit. Und des Willens. Diese Ebene ist aber auch scheiße lang. Hey, sie ist wieder da. Die Katze. Yay. Die Skelette, ne? Ist tot. Haben Katzen manchmal so an sich. Äh, die Skelette manchmal so an sich, dass sie tot sind. 29 Healtränken ist nicht viel, ne? Na gut, wir haben 30 von den ganz Großen noch, aber... Hm. Ich sehe da schwarz. Und das nicht, weil mein Bildschirm nicht funktioniert, sondern weil ich ein Schwarzseher bin, was das angeht, gerade. Aber mal schauen. Oh Gott. Oh Gott. Komm, wir holen uns hier mal die Großen rein. Für wirklich, wenn's mal hart auf hart kommt. Hm. Ja gut. Dach down. Nächster bitte. Drache down. Nächster bitte. Elementar down. Wenn es so die ganze Zeit gehen würde, ne? Wäre ja auch echt langweilig. Übertreiben sie es mal gleich. Werte Herrschaften. Na, wenn's mal wieder länger dauert, einfach übertreiben. Das war eigentlich komplett falsche Richtung geschossen. So, was mach ich auch immer gern. Töte es. Töte es. Töte es. Töte es. nicht sterben. So, wenn man mich da jetzt gerade so extrem gehittet hat. Die Pet flieht nicht, es kämpft da noch. Ne, es läuft da fröhlich vor sich hin. So. Ähm. Kann wieder ein bisschen was loswerden. Von der Katze. Komm, die Gürtel werden wir jetzt auch weggeben. Ich hoffe, das ist nicht das Blödeste, was ich jemals getan habe. Aber egal. So. Jetzt halt so die Frage, wo lang? Da geht es runter. Das heißt, jetzt noch mal sauber runterkämpfen. So sauber es irgendwie geht. Und dann treffen wir, glaube ich, auf die Ebene mit Erwag. Glaube ich. Hier, wo du wohnst. Hier, wo du wohnst. Okay. Gut. Hier ein paar Skalette noch. Kann man ja noch mal eben schnell umhauen. So. Da ist noch jemand, die will nochmal. Die will. Der will. So. Dann machen wir mal ein Stadtportal. Und kaufen wir mal eitrinken, was wir kaufen können. So, einmal du hier. Zack, 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 zack. Gibt es mal ein paar Rölschen. Rölschen kaufen ist ja zum Glück so teuer. Also wirklich nicht. So. Und dann, ne? Jede Menge von denen hier. Ich brauch's. Ich brauch's hart. Nehmen wir die Fische mit. Machen wir es ja nie. Eine ist ja für Rüstung. Der andere ist für Quees Blockchance. Dann hier, ne? So, was machen wir dann auch gleich. Jetzt vielleicht nicht bei Albrecht, aber dann nach. Und dann mal schauen. So. Ebene 34. Ich komme. Bin da. Bin noch. Oh. Okay. Ja, das hab ich versehen. Das war zu erwarten. Nach dem Debakel da. Wow. Und immer schön auf den nächsten, ja. Immer drauf. Triff kein Falschen. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Na, ne. Jetzt will ich mich hier nochmal umhauen, ne? Jetzt ist mal langsam genug hier mit Mammut umhauen. Hau das Mammut mal wann anders. Geht auf den Jahrmarkt für Hau das Mammut oder so. Ich weiß ja auch nicht. Ja, Mammut, das ist Hau den Lukas. Ist doch das gleiche. Wenn du Lukas rauspackst, Mammut rein hast du Hau den Mammut. Boah. Heftig. Einfach nur noch heftig. Was hier alles an Gegnern ist. Man kann es auch nicht übertreiben, ne? Hat irgendwo ist da noch was. Da. Dann folgendes. Wer hat man zum Feuer elementar für eine Stunde. Und weh, du machst ja nicht vernünftig Schaden, du. Dann weiß ich auch nicht. Giftbolzen-Tante ist weg. Lahm-aschigsten Skelette des Untergrunds. Irgendwann kommen sie hier an, aber muss ja auch nicht unbedingt sein. Ach du Scheiße. Ähm, schlecht, 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 schlecht. Es hat tot. So tot. Ah. Okay. Die Welt ist in Ordnung. Hallo. Weder noch. Wie wär's mit weder noch, hä? Komischer Elwig. Lauf doch nicht davon. Der gefallene Weise. Oh shit. Oh Gott. Immer schön die Magie rein. Immer schön die Magie rein. Das wird schon. Wo ist er eigentlich? Da ist er. Komm, attackieren, attackieren. Nicht rumstehen, nichts tun. Boah. Boah. Ja, tu was gegen dein Lowes Mana. Tu was dagegen, aber tu was. Ach, da ist meine Maustaste. Okay. Äh, äh, nicht die Maustaste, sondern die Mauszeiger. Den hab ich gesucht. So. Elwig ist down. Doch. Er teleportiert sich einfach weg. Ist hier irgendwas getroppt? Nö. Schade. Okay. Folgen wir ihm. Beziehungsweise hier erstmal Waypoint aktivieren. Und zwar nicht so wie beim letzten Mal. Uh, das war knapp. Okay. Reden wir mal mit Ziel. Vielleicht will die uns jetzt nochmal irgendwas erzählen über Meister Elwig. Nö. Noch nicht. Ähm. Kann aber hier nochmal ein bisschen was verkaufen. Freies mit Fatah bekommen. Und nochmal ein paar Alträge kaufen. Machen wir es ja nicht. So. What? Ja, ja, ja. Immer diese Mina. Das sind die schlimmsten. So. Komm. Einmal hier. Und runter da. Black Palace Floor 34. Ja. Da will ich hin. Damit wir jetzt Floor 35 gleich reinkommen. Müssen aber gleich hier nochmal die Gegner hier erledigen. Nicht, dass die einen hier die ganze Zeit immer nerven. Erstmal, wenn man jetzt hier reinkommt. Muss ja auch nicht sein. So. Ich glaube, der ist da hinten verpackt. Ich glaube, der ist da hinten verpackt. Ich glaube, der ist da hinten verpackt. Vielen Dank.